Alles Gute! Heidi Klum wird heute 50 Jahre alt. Heidi Klum gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt. Die hübsche Blondine hat es geschafft, sich international einen Namen zu machen. Außerdem ist sie Jurorin, Moderatorin und Produzentin. Die Schönheit hatte kurze Gastauftritte in Serien wie Sex and the City oder How I Met Your Mother. Heidi moderiert seit 2006 die Castingshow Germany's Next Topmodel. Seit Anfang 2018 ist sie mit Tom Kaulitz liiert. Seit 2019 sind die beiden verheiratet. Heidi Klum hat insgesamt zwei Söhne und zwei Töchter. Alles Gute, liebe Heidi!